Moin Moin Leute, wir sind wieder mal zurück bei einer weiteren Folge von Scribillio. Am heutigen Tage ist der Roman dabei, ich weiß nicht, was das für eine Begrüßung war, aber hi Leute. Wir sind auf jeden Fall wieder back am Start, ich hab übelst Bock und es ist ein Wort mit vier Buchstaben, welches ich erraten muss. Denn der Roman zeichnet gerade, ich weiß schon was es ist, es ist ein Baum, es ist eine Krone. Oh damn, okay. Es ist noch nicht ganz fertig, also ich muss erstmal hier. Okay, okay. Okay, ich weiß was es ist, es ist nämlich eine Tanne. Nee, es ist ein Apfel, es ist ein Vogel, Regen, Tau. Nee, 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 du musst den Vibe catchen, den Vibe catchen, okay. Okay, ich hör das Lied, okay, aber es ist nicht so meins. Was soll das sein? Schimmel. Nein, das ist nicht Schimmel, hier warte, so, so. Warum fängst du schon direkt so an und das ist so kompliziert? Ist das eine Drohne? Kannst du es? Ach so. Vier Buchstaben, man. Es ist relativ einfach, du kannst es hinbekommen. Kalt, genau. Und es ist ein Wort mit vier Buchstaben. Ach so, ja, natürlich, habe ich auch direkt... Ist gar nicht so leicht kalt zu zeichnen. Habe ich auch direkt erkannt, einen Typ mit Jacke oder so vielleicht. Ja, okay, Typ mit Jacke hätte auch getan, aber ich wollte halt einen Baum mit Schnee haben. Okay, ganz schön viele Buchstaben. Ist aber echt einfach. Üße, Luger-Typ mit großen Muskeln. Nein. Ist der Riese? Oder ist es Hinslingen? Oder ist es klein? Roman, ich bin riesig. Sollen die Augen sein eigentlich, das Rote da? Ah, warte mal. Das ist echt... Giftzwerg. Es ist der Giftzwerg. Also Leute, falls ihr es nicht wisst, das ist Roman. Wollte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. Der Giftzwerg. Aber war doch eigentlich relativ... War doch relativ einsichtig. Okay, okay, okay. Gotcha, gotcha, gotcha. Okay. Dann. Wir starten rein. Ball. Felgen. Augo. Ausgo. Auto. Dann so. Dann hier. Warte mal. Ich muss noch ein bisschen die Details da dran machen. Das ist wichtig. Okay, okay. Ja, ich verstehe, was du vorhast. Warum malst du denn erst das Wichtige zum Schluss? Malen, weil es ohne das nicht geht. Hä? Oh ja. Dreckig. Da ist er. Da ist er. Dreckiges Auto. Da ist er. Warum hast du dich nicht selber gemalt? Ja, dich mal malen soll, du. Dreckig. Oh, das ist eigentlich super einfach. Danke, ja. Show me what you got. Pütze. Schüssel. Ja, aber es ist... Ja, 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 aber ich werde es, ich werde es, glaube ich, ein bisschen anders malen. So. Und dann da sind so kleine... Aber es geht, es geht gar nicht da drum. Ich habe es mir jetzt falsch gemacht. Warte. Machen. Hashimi. Äh. Asen. Asenhaare. Oh. Reagenz. Oh, Vulkan. Oh Mann. Ich kann das nicht so gut malen. Platt. Platte. Ne, warte. Das ist hier... Eigentlich ist der... Eigentlich ist der rot. Warte, ich versuch's nochmal. Roter Panzer. Nein, Mann. Das ist voll einfach. Es ist... Es tut mir voll leid. Ich hab's irgendwie... Ink. Ink. Äh... Ping. Ping-Pong. Pong. Pings. So vielleicht... Pilz. Ich hab halt erst eine Pilzsuppe versucht zu malen, aber ich dachte mir, das ist zu kompliziert. Willst du zu mir sagen, dass ich trödel? Ey, ich hab... Ich hab mir Mühe gegeben. Ich hab mir Mühe gegeben. Leute, ich hab mir Mühe gegeben. Ihr habt's gesehen. Okay. Ja, komm, ich zeig's dir. Schlange. Berg. Kacke. Haufen. Oh Mann. Was zum Teufel ist das? Hä? Vielleicht ist das so... Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Hä? Es gibt entweder das hier oder... Ketten. Okay. So, ne? Und dann, äh... Das hier ist das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Nein, nicht Schotter. Nein, nicht Schotter. Schotter. Das Linke genauer an. Das Linke, Mann. Das Linke kann's dir schon echt gut geben, so. Aber es ist genau das. Was ist das? Also ich... Das ist... Es wird genau gleich genannt. Das ist das hier, Lars. Das Schwarze. Komm schon. Ich weiß es nicht. Zum Heizen. Zum Heizen, Mann. Das ist... Kohle! Kohle, 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 Kohle. Boah, war das schwer. Oh mein Gott. Aber wer hat das erkannt? Habt ihr das da erkannt, Leute? Ich weiß es nicht. Aber besser zeichnen, hätte ich es echt nicht können. Okay, ich nehme mal ein bisschen was Komplizierteres, aber ich gebe mir Mühe, das zu zeichnen. Okay? Okay. Heute mal eine richtig harte Runde. Der Typ hat keinen Unterkörper, warte. Angst. Akt. Mikrofon. Oh nein! Oh Mann, ich war so drinne gerade. Ich war so drinne. Ich war so drinne. Gut Interview einfach gegeben. Hat man das erkannt? Das Mikrofon war ein bisschen hässlich. Aber ich wollte eigentlich noch so... Er redet so über YouTube, weißte. Wollte ich noch mal. Okay, okay. Okay, braun, Stuhl, Kissen, Banane. Wo sieht das aus wie eine Banane einfach? Lavier, Lügel, Lügel, das ist ein Minecraft-Bed. Ja, schon richtig gut erkannt. Oh Mann, du machst das so kompliziert. Der sieht echt süß aus, gell? Der schläft richtig. Was ist das, Junge? Och Junge, jetzt kommt es erst. Mann, das gehört halt dazu. Oh, dann. Bamio, da ist sie. Jawohl, die Zahnfee. Schon gut gezeichnet, ne? Sehr stark, sehr stark. Okay. Oh, ich hab hier Mel Gibson, aber ich nehm mal hier. Okay, warte, warte, warte. Noch mal größer. So, Gesicht. Äh, lachen. Äh, inatmen. Atmen. Einfach nur atmen. Oh Mann. Jawohl. Aber es war schon gut. War schon echt so, er hat einen kräftigen Atemzug geholt. Aber es hat nur ein Auge gemalt. Das ist ein Pirat. Er ist halt Pirat, ja. Er sieht halt nicht mehr so gut, der einäugige Joe. Okay, ein, zwei, vier. Oh ja, okay. Das ist ein Wecker. Das ist ein Alien. Das ist Lars. So, da. Dick. Warte mal, nee. Das ist, äh. Speck. Ja, so. Mann, warum gibt es da nicht so? Ah, ist das jetzt nicht fett? Nee. Jawohl, den. Ja, Junge. Äh, pfff. Okay, ich probier mal das hier. Das könntest du auch noch, äh, verstehen. Aha, aha. Tür also. Ach, Tür, Loch. Nee, nee. Haus. Nee, 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 nee. Kagenhaus. Äh, Plattenbau. Äh, Marzahn. Äh, pff. Das ist eine Kirche. Nein, 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 nein. Es ist, es ist, es ist eine, es ist eine ganz besondere Art von Kathedrale. Und es geht um den eigentlichen Ort. Oh, jetzt gehst du einfach alle Städte durch, oder was? Eine ganz besondere Kathedrale. Köln. Ich weiß nicht, wie ich die besser malen soll. Irgendwie so sieht die aus. Oh, äh, das ist der Big Ben. Oh, oh, aber wo ist der? Oh, London. Jawohl, der Big Ben. Ja, aber da habe ich zu viele Tipps gegeben. Der Big Ben aber ruhig woanders zeichnen könnte. Ich weiß nicht, wie. Echt nicht? Der hat einen Spitzdach. Nein, hat der nicht. Oh. Hä, echt? Du lügst. Hier ist ein Bild von Big Ben. Seht ihr, Leute? Dafür gibt es ein Like. Okay, okay. Ähm, gebrochen. Abgebrochen. Er hat seinen Fuß verloren oder so, gell? Junge, es sieht aus wie so ein Halloween-Gesicht, was du da malst. Oh, da hier noch ein bisschen Blut mit rein. Oh, nein. Hä, was soll das sein? Amputieren. Junge. Hä, hä? Hä? Guck, du checkst das. Was ist das? Ist das ein Staubsauger? Nee, Mann. Das kannst du doch checken. Warte. Oh, ähm. Das ist hier ein Ding. Nee. Oh, ja. Was ist das, Lars? Der Typ hat sich verletzt. Und was ist das, Mann? Das da? Komm schon, du schaffst es. Ich weiß es nicht. Das ist so nippel, Mann. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht hin. Es ist ein Pflaster. Das ist doch kein Pflaster, wenn du jemandem ein Bein abhackst. Dann benutzt er doch kein Pflaster. Dann kriegt er doch kein Pflaster, wenn du jemandem das Bein abhackst. Natürlich. Kommt er drauf an, wie du drauf bist. Keine Ahnung. Ich mal jetzt hier. Den Leuten reicht ein Pflaster schon. Pflaster. Oh, Pflaster. Das ist super. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber... Das ist ein Döner. Das sind sogar zwei Wörter. Äh, Garten, Landschaftsbau. Was ist ein... Ach so, es sind zwei Wörter, ja. Aber erinnere dich mal an die Minecraft-Zeit. Als du noch richtig aktiv Minecraft gespielt hast. Äh, äh, Brote, Backen, äh, Village-Haus? Keine Ahnung, äh, was ist das? Das ist eine Village-Farm? Äh, es geht halt eigentlich, im Wesentlichen geht's um das hier. Was könnte das hier sein? Letzlinge. Nee. Weiter, 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 weiter. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Ne, 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 ne... Was? Schade. Als ob du rote Beete... Das tut mir echt leid. Auf dem Bild hast du nicht einmal die Farbe Rot verwendet. Wie soll ich denn rote Beete da herausfinden? Ähm... Oh, du bist wahnsinnig. Also, ich muss off, Leute. Ciao. Hä, nee, ich hab gedacht, du kriegst es irgendwie so raus, indem du halt erkennst, dass das Rot... Also, dass das Dings ist. Ich weiß nicht, wie eine rote Beete aussieht. Tut mir leid. Hier ist ein Bild von einer roten Beete. Kann man denn keine rote Beete wissen, wie das aussieht? Ich weiß natürlich, wie eine rote Beete aussieht. Aber ich dachte, du kriegst es so hin. Okay. So, aber wichtig ist hierbei... Oh nein. Es ist immer so. Wichtig ist immer das da. Äh... Das Ding hier. Ich kann's hier vielleicht nochmal hübsch machen. Tüts, tüts. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist so eine Abschussrampe oder sowas, aber... Ja, das ist ein anderes Wort. Auf was steht dieses Ding? Das ist wie so eine... Ja, es ist halt... Man nennt das... Man kann das hier vielleicht auch so ein bisschen erweitern nochmal. Da hat man hier wie... Warte, was der hier noch füllt, so. Hä? Da hat man da sowas, so. Ne, Mann, die Zeit läuft ab. Zeit läuft ab. Das ist wie so eine geheime... Wo das stattfindet, weißt du? Nicht geheime Kacke. Basis! Oh mein Gott, ich hab's in dem Moment geschrieben. Oh, eine Millisekunde zu spät, Alter. Das ist doch keine Basis, Junge. Du hast ja nicht einmal die Farbe Basis benutzt. Ja, das ist nicht so schlimm wie bei Rote Beete. Ah, wie viele Buchstaben. Menschen, Menschenwürde. Äh, heiß ist Luftballon. Warte. Äh, Heliumballon. Schminkspiegel. Warte, und hier sind so Leute, die machen so Bilder. Ah, äh, Influencer. Äh, nein. Prominente. Das hier sind, das hier sind... Ja, ein anderes Wort für Prominente. Äh, Berühmtheit. Alter, yo, was? Das ist ja übel schwer gewesen. Das hab ich gar nicht bedacht. Berühmtheit ist sau das schwere Wort. Berühmtheit ist übel das schwere Wort. Aber gut, das auf jeden Fall, das kriegt von mir jetzt ein Like. Ich hab versucht, so gut wie es geht, eine Berühmtheit zu malen, aber es ist so schwer. Okay, also, das wird jetzt, äh, das ist eine schwierige Geschichte, aber... Dummbatz. Ja. Das ist eigentlich das Leichteste, was man überhaupt nur zeichnen kann, deswegen lass ich mir aber ein bisschen Zeit. Ja. Hä? Das ist noch leichter. Also, es gibt nichts leichteres auf der Welt, als das zum Zeichnen. Und guck, jetzt gerade macht das für dich noch gar keinen Sinn. Aber ich kann innerhalb von einer Sekunde, kann ich es so machen, dass du sofort weißt, was es ist. Bist du bereit? Okay. Drei, zwei... Okay, ich bin gespannt. Eins. Hä? Als ob du nicht weißt, was es ist, Mann. Oh nein, das wollte ich nicht. Als ob du nicht weißt, was es ist, Mann. Ach. Das ist Dings. Oh Mann. Gute alte Donut! Ich hab Donut einfach falsch geschrieben. Senf. Senf! Nein, 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 nein. Reibungstabe? Blutzer, Welle, Fisch. Aal. Oh Mann. Es ist immer ein Aal. Du bist hier ein Aal. Leute, lasst ein Like da für mehr. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.